Herr Lehmann, mein Partner der Swiss Handball Awards, Concordia. Was verbindet Handball und Concordia? Eine langjährige Partnerschaft. Eine erfolgreiche Partnerschaft auf verschiedenen Ebenen. Mit der Concordia Handball Akademie. Ein ganz cooles Projekt, wo wir auch heute zwei Gewinnerinnen auf der Bühne sehen durften. Eine runde Sache, die zusammenpasst. Wie nehmt ihr die Entwicklung wahr? Der Hype, der im Verlauf dieser Saison entstanden ist? Es ist grandios zu sehen. Wir haben auf der Damenseite wie bei der Herrenseite packende Spiele gesehen, in denen auch viele Leute begeistert haben, die sonst vielleicht nicht so viel mit Handball am Hut haben. Das macht Spass und freut uns natürlich. Gibt es ein Highlight? Das dritte Spiel in der Playoffserie bei den Männern war grandios. Das hat jeder, der mit Handball zu tun hatte, vor der Fernseher gerissen. Aber auch die Handball-EM der Frauen war ein grandioser Anlass. Ein wenig wenig Zuschauer. Aber ich glaube, in der Schweiz wird das im nächsten Jahr ganz anders. Super, danke noch viel, vielmals. Si.